Das ist ein Geheimnis, was man lernt, wenn man zum Geheimnis scheint. Mein Name ist Tarek Ahmad, ich komme aus Ägypten, aus Kairo Hackerspace. Kairo Hackerspace ist ein Ort in Kairo, wo jeder kann kommen und tun alles, was er will. Elektronik, Essen, alles. Wir befinden uns in eine Art Gallery, die Town House Gallery. Heute mache ich mein Workshop, die Joule Thief. Die Kürze macht man die Zettelbatterien wieder. Wenn man die Zettelbatterien in seinem Haus hat, ist es noch nicht zu verbrechen. Es hat noch ein paar Joule, ein paar Energie in es. Was macht diese Kürze? Es nimmt die Zettelbatterien, die Zettelbatterien. Es wird einfach die Zettelbatterien wiederholen. Vielleicht für mehr als es war. Es wird funktioniert für ein paar Wochen. Es geht um, wie viel es hat. So, das ist es.